Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem ganz kleinen Infovideo. Aus schulischen Gründen ist jetzt diese Woche nichts gekommen, weil ich gestern eine Präsentation halten musste und deswegen... Ja, und nächste Woche muss ich noch zwei Arbeiten schreiben, deswegen kann es sein, dass erst am Samstag... Also den, ich weiß gar nicht, was das für ein Tag ist... Keine Ahnung. In einer Woche warte, ich kann hier kurz auf mein Handy gucken. Der siebte, also der vierzehnte, Samstag der vierzehnte. Kann sein, dass da erst das nächste Video kommt, es tut mir leid. Allerdings kommt dann auch nur dienstags, donnerstags und samstags jetzt ein Video. Ja, halt wegen schulischen Gründen, weil ich in nächster Zeit richtig viele Arbeiten schreibe und mein letztes Schuljahr... Und da muss man sich natürlich ein bisschen mehr anstrengen und deswegen kommt dann nur noch alle drei Tage die Woche... Ja, ein Video. Wollte ich euch nur kurz sagen und... Tja, das war's eigentlich auch schon und... Ja, was würde ich noch sagen, sonst nix. Ja, das war's. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche, Samstag. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao.